Wie haben wir uns das heute verdient im ganzen Spiel? Ich glaube, wir haben uns das heute verdient im ganzen Spiel. Wir haben 90 Minuten gearbeitet, in der zweiten Halbzeit natürlich noch mal auffälliger als in der ersten, aber wir waren auch da schon die klar überlegene Mannschaft, kassieren dann wieder so ein Dreckstor, wie wir es gegen Berlin schon zweimal kassiert haben. Wir haben heute aber zum Glück die komplett richtige Reaktion gezeigt und haben mit ein bisschen Glück genug die drei Punkte mitgenommen. Wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt, wir haben die Seiten gut verlagert, wir haben viel Druck aufgebaut, wenig Torschancen zugelassen. All das haben wir sehr, sehr gut gemacht, wir haben halt nur ein Gegentor bekommen. Das ist sehr unglücklich gewesen, aber wir haben uns genau diese Dinge einfach noch mal zugerufen. Wir haben auch uns gesagt, dass wir geduldig weiterspielen müssen, auf unsere Chance warten müssen und die wird kommen und so war es dann am Ende auch. Grundsätzlich ist es einfach so, dass ich es auch jedem anderen gegönnt hätte, Hauptsache es fällt, aber für ihn war es natürlich besonders schön, keine Frage. Jetzt gerade, ich bin überglücklich, dass wir haben gewonnen und ich habe das Tor für Borussia geschossen, das freut mich am meisten. Ich bin überglücklich, dass wir das Tor für Borussia geschossen haben. Ich bin überglücklich, dass wir das Tor für Borussia geschossen haben. Ich bin überglücklich, dass wir das Tor für Borussia geschossen haben.